Ich gehe hier lang So immer so schritt für schritt Pass mal auf jetzt sind wir da rein das heißt wir gehen gleich da runter und dann die in ersten raum wieder rechts rein allerdings rein Verdammt nochmal Das alien ist nicht zu sehen Was natürlich jederzeit ändern kann ist klar Scheiße auf die Kisten durch die Gegend zu schließen Okay wir gehen jetzt ganz Speichern Mindestens das Dann haben wir wenigstens die Schlüsselkarte jetzt Ja So wieder ducken So das heißt wir müssen jetzt ich habe keine Ahnung wo wir lang müssen ey Ich glaube mal gleich nach links dann nach rechts Irgendwo da durch Also immerhin haben wir jetzt die Schlüsselkarte das ist schonmal safe Ich bin tot He 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 Ah Fick dich Küsschen Scheiße Nein Das war ein Speicherstandladen Gut dass wir gesaved haben Nächstens das Ich hätte glaube ich rausgehen sollen als er sich umgedreht hat er sonst zu mir vorbeigegangen ist Da hätte ich vielleicht mich bewegen sollen Okay Geduckelt Und weiter geht's Es ist schon wieder da draußen Ich sehe dich Na da hat er Schiss bekommen siehst du Ja Ja mal Ich habe zwei ausschlaggebende Argumente Leute jetzt bin ich ja hier gefangen Die Ühr Die Ühr braucht ewig bis sie offen ist Das Alien Gum mit da hinten rum So pass auf Nach links Nach rechts Nach rechts Nach rechts Verdammt nochmal nochmal Oh mein fucking gods Bitte nicht. Ey, das war mehr als Glück jetzt, ey. Oder auch nicht. Der hat schlechte Laune, ey. So, pass mal auf. Jetzt nahe ich nach rechts und geradeaus weiter hoch. Kommen wir zum nächsten Safe Station gleich, wenn wir geradeaus durchgehen. Ja, ich glaube, das ist die beste Gelegenheit, die wir haben. Okay, 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 okay. Ach nein, es dauert das wieder so ewig. Ach, komm schon. Natürlich. Natürlich. Jetzt müssen wir warten wieder. Weil diese Scheiß-Tür auch Ewigkeiten braucht, bis es aufgeht. So, wo ist er hin? Da hinten ist er. Da ist er. So, Tür, wir müssen dich nochmal auftriggern. Scheiß, da hinten gammelt es rum. Ich seh gar nichts. Dann normal. Ich will doch nur zur Safe Station. Nein, will ich nicht. Also, ich bin nochmal auftriggern. Das ist gut. Gummell. So, warte mal, hier ist doch irgendwo die Save Station. Das ist gut. Da muss ich hin. Save, du Schwein. Ja. So.